Guten Morgen aus Essen. Wir haben den 28. Januar 2017. Ich bin beim Kaiserpark Ultra. Wir sind hier im Kaiser-Wilhelm-Park in Essen und wollen jetzt mit ein paar Leuten hier einen kleinen Mini-Ultra machen über 45,18 Kilometer. Der Dennis darf nicht mit mir mitlaufen, weil er hat ja halt keinen Platz. Aber für mich, sagt klar. Ja, genau. Das ist wie vorhin. Komische Filme. Stehst du auf dem Trämpchen so? Insgesamt solltet ihr nachher 30 Kreuzchen da gemacht haben. Der Mehrheit ist auch nicht schlimm. Genau. Muss die auch laufen oder reichen die? Ihr müsst nicht nach jeder Runde Kreuzchen machen. Hauptsache, ihr merkt euch dann, wie viele ihr machen müsst, wenn ihr an den VB kommt. Und damit ihr dann auch wisst, wenn ihr fertig seid. 3, 2, 1, viel Spaß! Ja gut, dann starten wir mal den Kaiserpark Ultra. Boah, noch ist es eiskalt. So um die 0 Grad. Aber der Himmel sieht gut aus. Sollten wir gleich schöner werden. Boah, schön ist es schon, nur wärmer. Ja. Bei dir alles gut? Ja, alles gut. Alles gut. So. Ja, da passen wir heute gut darauf auf. Wir werfen nichts in der Gegend rum. Eine Runde durch den Park hat 1,506 Kilometer und 30 Runde müssen wir laufen. Dann haben wir 45,18 Kilometer und einen kleinen Ultra. Ja, Kaiser Park Ultra heißt das Ganze. Der Kaiser Wilhelm Park ist 120 Jahre alt und er ist zum 100-jährigen Geburtstag von Kaiser Wilhelm I. hier eröffnet worden. 1897. Hört sich jetzt cool an. Habe ich extra nachgelesen vorher. Ja, bis Zollverein ist es auch nicht weit. Keine drei Kilometer. So in knapp einem halben Jahr werden wir da mal das Gelände erstürmen. Drei Runden haben wir jetzt. 10% sind geschafft. Man sieht es nicht so wirklich. Aber hier sind so zweimal auf der Runde kleine Steigungen. Die sind nicht wirklich schlimm. Aber ich glaube im Verlauf der 30 Runden werden die noch ein bisschen gemeiner. So. Sechs Runden sind geschafft. Das sind jetzt gut neun Kilometer. Jetzt gehe ich erstmal an die Verpflegung. Moin. Moin. Hi. Hi. Das ist Lili, meine Frau. Hi. Herr Frank. Super Organisator. Das ist ein Datum von der Werbung. Zwei Spätansteiger. So. Erstmal die Runden antragen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Das ist Frank B. Und es geht wieder weiter. Wir tun so. Zwei. 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 Und jetzt werde ich gerade wieder überrundet. 아닌 Gold. Auf geht's. Ja. Noch red, siehst du nicht? Noch sehe ich mit dir. Ja. Zwei mal. Der Frank ist immer filmend unterwegs. Das ist sterben mit Anlauf. Das ist richtig nett, dass du nicht filmst. Oh, ein Verpflegungsstand. Genau. Gehe ich oder jogge ich durch? Und so laufen wir jetzt. Das ist stünde, du stünde, du stünde. Wir müssen laufen, oder? Zieh durch. Hi. Ja, die Besonderheit des heutigen Laufs. Wir sind heute morgen bei 0 Grad angefangen, vielleicht knapp drunter. Und für das Ruhrgebiet ist bis zu 9 oder 10 Grad heute plus vorhergesagt worden. Es ist jetzt ordentlich warm geworden. Hammer. Es ist jetzt ordentlich warm geworden. Hammer. Spendig im Wurz. Spendig im Wurz. Spendig im Wurz. Vollziehen hast du ja? Nee. So, wieder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Schön dich zu sehen. Schön euch zu sehen. Heute ist alles gut. Zwei Stunden gar nicht gesehen und jetzt jede Runde. Ja, auf der Runde. So, an Kleidung irgendwas ausziehen, habe ich jetzt keine Lust. Das muss so gehen. Aber die Mütze und die Handschuhe, die sind jetzt erstmal weg. Boah, so unerwartet warm jetzt. Aber das ist Laufwetter zum Genießen. Wir wollen mal nicht schimpfen. Hau rein. Bis später. Ich weh mich hier ab. Ja, du musst das sein. Jetzt wird's schön warm langsam, ne? Jo. Aber du bist in der letzten Runde jetzt? Ja, ne? Geil. Das ist der Sieger von heute. Marcel Sauer. Ist aber auch gut so, wenn's jetzt vorbei ist. Ja, ne? Ich muss noch ein paar Rundchen. Ja. Ich drück die Daumen. Ja. Die Sonne kommt raus. Ja. Genieß es. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Paar Meter noch, dann hast du's. Taxi. Ja. Eigentlich ist es nicht nur. Ja. Da weiß ich wo. Ich muss sagen, der Band drin hat. Ja, der Marcel ist fertig. Er hat jetzt gleich gewonnen. Ist der Erste, der die gut 45 Kilometer durchgezogen hat. Zauber. Aber ich muss noch ein bisschen. So, jetzt offiziell. Glückwunsch. Sauber. Oh ja, Glückwunsch. Super Zeit. Voll geil. Ich werd mal wieder überrollt. Jetzt wird's langsam zäh. Langsam reicht's. Lächeln und winken. Genau. Das können wir noch. So, noch drei Runden. Boah. Noch zwei Runden. So, und auf in die letzte Runde. Boah, ist das heute zäh. Aber jetzt ist gleich geschafft. Alter Schwede. Das ist aber jetzt mehr als genug. Die letzten beiden. Ja. So ist das. Zieh durch. Wow. Ich drück die Daumen. So, und ich bin fertig mit der Welt. Mit den Nerven. Mit der Kraft. Und mit der Strecke. Ja. Alter Schwede. Fertig. Fertig. Ah. Super. Glückwunsch. Ah. Ich danke euch. Immer wieder wieder. Für alles. 20. Ah. Prost. Boah. Ja, jetzt reicht's aber. So, ihr beide müsst jetzt noch warten. Auf den letzten. Auf Markus noch. Sehr gut. Alles gut? Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Schön, dass ihr das gemacht habt. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Mitlaufen. Bis bald. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Out.